Wir sagen mal, artgerecht ist mit denen ich den Wohlfühl. Ob der jetzt bei uns im Zirkus lebt oder im Zoo, ich fange nicht an. Wenn ich ihn auswilde, dann werde er erschossen, weil er keine Angst hat vor den Menschen. Dann werde er irgendwo aufholen als Trophäer. Ich will einen Weichen kaufen. Es gibt ja welche, schau, das war nicht. Das ist nicht die, das ist eigentlich so genannter Einzelkinder. Da darf ich schon nicht. Die Tiere sind zusammen groß geworden. Wenn ich jetzt einen schon den Wagen reinmache, dann jault schon der andere oder lauft hin und her, guckt, wo der andere ist. Weil ich immer zusammen spielen wollte.